Hallo und herzlich willkommen zu Xenoblade Chronicles. Hier ist Vallowizard, ja, und wir sind auf dem Weg, wir haben gerade, warte mal, was haben wir denn? Jetzt bin ich wieder durcheinander, genau, wir haben Melia gerettet und wollen zum Erismair, auf dem Haupt des Bionis. Und dazu müssen wir erstmal nach Grenzdorf zu den Nopron, genau so war das. Ich hab's mir vor 10 Sekunden durchgelesen, was hier Plan war, und schon wieder vergessen. Nee, das ist... Bin ich denn so alt? Irgendwie schon. Ist echt traurig, traurig ist das. Nein, nur, das war die Tatsache, dass ich gerade in dieser Sekunde ein SMS bekommen hab, dass ich mich ein bisschen abgibt. Was haben wir denn hier? Ja, komm, was soll's. Ich bin heute in Kampflaune. Denn einfach alles läuft schlecht. Mein Computer spinnt total rum. Deshalb krieg ich morgen Rahmen. Also morgen Rahmen. Wow. Kein Scheiß, ne? Hab ich mich hier mal noch? Nee, aber... Einmal kurz Energie aufladen. Ja, Ultra-Five-Skills. Hm. Jo, PC-Schrott. Ist schon bestellt. Dann die Tatsache, dass auch immer mehr Leute fragen, ja, äh, warum leckt das denn da in den Aufnahmen denn dauernd? Oder das Bildblatt mal stehen. Das Problem ist, ich nehm im Moment mit nem Grabber auf. Eigentlich schon so ziemlich mit dem Besten, den man so als Normalsterblicher kriegen kann. Nur... Funktioniert die Aufnahme bei mir nicht. Also so, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Und ich geh da einen Umweg, um trotzdem aufzunehmen und das ist... Bringt den Rechner so an seine Grenzen. Jetzt bei den Wii-Spielen geht's eigentlich meist, aber... Zum Beispiel für Xbox, Rise of Nightmares, das hab ich ja jetzt so erstmal auf Pause gestellt, weil das halt... Immer wieder so große Schwierigkeiten macht. Ja, und auch da hab ich was Neues bestellt. Ein Ding, das noch etwas besser sein soll. Ob's funktioniert? Hm. Es hat das gleiche Aufnahmeprogramm dabei. Also grundsätzlich... Nehme ich dann immer noch mit dem selben Ding auf. Also mit dem selben Programm auf dem Rechner. Und ich hab die befürchten, dass es direkt daran liegt. Naja. Es wird versucht. Ich glaub auch nicht, dass das Ding vor Ende der Woche da ist. Leider. Oder vor nächster Woche. Anfang nächster Woche nehm ich mal an... Ach, ich hasse Warten. Aber gut. Geht ja nix. Dann dürfte die Qualität da auch... ...durchaus besser werden. Ja, mein Neues-Heltzeit ist auch immer noch nicht da. Ach, Mann, das läuft so... ...nicht so gut, find ich. Da bin ich ein bisschen unzufrieden. Aber was soll's. Im Moment geht das Aufnehmen ja. Ich hoffe, dass Rendern funktioniert. Vor allem, wenn der Ramm nicht so läuft, wie er soll. Könnt das knapp werden. So, gestern hatte ich schon zweimal ein Blue Screen. Deswegen... Nicht so cool. Nicht so cool. Aber ist noch weit, ne? 533. Oh, der greift mich direkt an. Genau. Kann ich denn von hinten mal eventuell kriegen? Das wäre doch schön. Oh. Hat sich gelohnt. Ah, das geht gut schnell. Das ist ja... Top. Ja, hört man's eigentlich. Ich bin ein bisschen erkältet. Auch ein bisschen mehr. Nase sitzt irgendwie komplett dicht, aber... Naja, das soll mich jetzt nicht vom Aufnehmen abhalten, ne? Da müssen wir alle durch. Mit der Vorglaublichkeit... Oh, was ist das? Was ist das denn da hinten? Okay, die sind noch auf einem... Level... Gegen, das ich kämpfen möchte. Ich kann dein Gesicht sehen, Kumpi. Hm. Irgendjemand erinnern die mich. Star Wars? Erinnern die mich an Star Wars? Hm. Oder an irgendein Spiel. Oh, nicht so gut. Ach, jetzt merke ich's erst. Ach du... Deswegen läuft das hier so... Mittelmäßig. Ja, und hier ist nämlich das Problem. Rein ist dabei. Deswegen wurde die Energie auch so knapp. Ja, ist ja klar. Ja, und da haben wir auch schon den nächsten Gegner. Ja, super. Hör mal auf hier. Wir laufen weg. Aber nur kurz. Ich muss das Team auswechseln. War ich das zufällig gerade vorher? Nein. Ey, wir brauchen Schaler, Mann. Y, Y, Y. Ey, ich fass es nicht. Ohne durchgängige Heilung gehe ich hier nicht... In dieses Ehe, das muss ich es ja wohl. Na gut, aber jetzt dann. Oh, jetzt dürfte es dann keine Probleme mehr geben. Fängt mir gar nicht auf. Egal. Also jetzt müsste es ja dann durchaus besser noch. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Kurz ein bisschen Energie verloren und schon... ...sind wir wieder... ...vernünftig dabei. Boah, das ist schon... ...durchaus eine starke Attacke. Gerda hat. Aber gut, bringt ja auch ein bisschen was, der Kampf. Ne, ich will jetzt einmal wissen, was der andere da hatte. Na gut, ich muss erstmal... ...und jetzt habe ich dieses kleine Ding da auch noch. Das ist nicht schön. Weil es nichts bringt. Komm, hol doch mal ein bisschen drauf. Habe ich jetzt... Ne, habe ich nicht gedacht, aber... ...ich habe mein... ...Headset ausgestellt. Jetzt muss ich den scheiß Nebel haben. Bringt doch nichts. So ist der gar nicht mehr so schwach. Komm, wir gehen. Okay, da brauche ich es nicht versuchen. Da brauche ich es gar nicht versuchen. Ist er nochmal auf oder nein? Oh Mann, ey, jetzt kommen die was... Ach doch, komme ich doch noch, wenn ich noch... Ja, ich laufe jetzt weg. Klar könnten wir den besiegen, aber das... ...bringt einfach nichts. Es bringt einfach gar nichts, weil wir dann nämlich... Das Ding geht kurz vorher in die Luft... ...und wir nehmen noch ein bisschen Schaden... ...und dann ist es weg. Ähm, wenn jemand weiß, wie man diese Nebula-Dinger besiegt... ...dann können wir damit das ruhig... ...gerne erzählen. Seht ihr in die Hängebrücken? Ist sicherer Weg zu Grenzdorf. Sehr sicher sogar. Könnt ihr ruhig glauben. Ob von Lüngli... ...ja, einen ganz sicheren Weg... ...möchte ich das denn? Joa, doch. Egal. Nehmen wir jetzt mal mit. Was erzählst du mir? Grenzdorf, gleich da vorne. Schau, dort. Rotes Licht. Dort, gleich dahinter. Hm, okay. Aber Grenzdorf schauen wir uns erst im nächsten Part an. Also, bis dann und...